In diesem Video geht es um erste Schritte in BigBlueButton und die Verwendung des Präsentationsmodus. Das Webkonferenzfenster ist so aufgebaut, dass ich oben die Webcam-Leiste habe, unten die Präsentation. Ich kann das aber für mich individuell so verschieben, wie ich das haben möchte. Es gibt geteilte Notizen. Hier können alle anonym schreiben. Neben dem öffentlichen Chat kann ich private Chatnachrichten schreiben. Hierfür klicke ich auf den Teilnehmenden und schreibe, die anderen sehen das nicht. Ich werde über öffentliche oder private Chatnachrichten informiert mit einem roten Nummern-Icon. Ich kann den Chat auch ausklappen, einklappen, je nachdem, wie ich den Platz benötige. Auch das mache ich für mich individuell. Als Präsentator kann ich in den Folien vor- und zurückspringen oder eine eigene Präsentation hochladen. Ich wähle die Präsentation aus, klicke hochladen und komme in den Konvertierungsdialog. Der grüne Haken zeigt mir an, welches die Präsentation ist, die gleich im Webkonferenzfenster erscheint. Die Steuerungselemente kann ich nur als Präsentator nutzen, ebenso die Zoom-Möglichkeiten. Ich kann bis 400% heranzoomen, das sehen auch so die Teilnehmenden, das wirkt sich also aus, ebenso die Funktion an Breite anpassen. Eine Besonderheit ist der Vollbildmodus, den müsste jeder für sich einschalten, denn es hängt von der Größe des Monitors ab, wie groß dann die Präsentation gezogen wird. Über Minus kann ich die Präsentation auch verbergen. Und ich kann auch die einzelnen Folien als Whiteboard benutzen. Hierfür habe ich die Werkzeugleiste. Im Mehrbenutzermodus können alle Teilnehmenden diese Werkzeugleiste nutzen und gemeinsam schreiben. Das ist nicht anonym, das heißt, man sieht die Namen der Teilnehmenden und empfiehlt sich nur für kleinere Gruppen. Ich kann Folien so vorbereiten, dass man direkt darauf schreiben kann. Ich kann auch kariertes Papier in meine Präsentation einbauen und dann beispielsweise etwas vorrechnen. Ein Radiergummi ist nicht vorhanden, das heißt, ich müsste mit einem weißen Stift beispielsweise mir behelfen oder aber die letzte Anmerkung zurücknehmen und dann eben das Ergebnis noch einmal in korrigierter Form reinschreiben.